hallo und herzlich willkommen zur heutigen daily challenge in einfach und ja einfach spricht eigentlich schon alle bände wir müssen 2355 meter schaffen aber heute ist es wirklich so einfach gehalten dass ihr seht es ist mein erster versuch und wir werden es auch nach gleich bis zu gold schaffen ich bin gespannt ob im laufe des tages klar die profis sind jetzt natürlich auch schon durch um die uhrzeit aber ja ich bin gespannt ob sich die grenze noch ein bisschen verschieben wird sollte sie nach oben gehen werde ich natürlich noch mal ein kleines upgrade spielen aber nach dem aktuellen stand sieht das eigentlich ganz gut aus so hier ziehen wir hoch da habe ich sogar ein bisschen zu schnell geklickt hat mich fürs leben gekostet hier rüber hier wieder runter ziehen und wir haben auch schon 300 meter geschafft hier auch wieder nach unten ziehen da einfach laufen lassen über die ringe weiter also alles sehr sehr einfach gehalten das ist ja hätte heute ruhig ein bisschen schwieriger auch sein können aber klar es ist die einfache challenge und da dürfen wir nicht viel erwarten hier auch wieder wir schneiden das seil einfach direkt ab während wir unter dem der ersten spitze des sportes halt eben durchlaufen das ist so der optimale punkt zum abschneiden hier auch wieder immer sprung springen klatschen ersetzt unten an der anzeige und wir bekommen schon die 600 meter pause ja auch wieder einfach abstellen auch drüber gleiches wieder über die ringe kennen wir schon ich finde es immer ein bisschen verwirrend dass man den zweiten oder das zweite auge da erst abschlagen kann nachdem man schon im sprung halt eben ist aber ja geht leider nicht anders so hier drüber und da dachte ich es kommt dieses doppel feature deswegen habe ich das hier leider komplett irgendwie ja nicht schön gemacht es kommt nachher nochmal und ein drittes mal und ja ich glaube zwei von drei mal machen unschön so hier nach oben und wir haben auch schon 1000 meter auge klatschen drüber ich denke mir das gleiche naja muss halt eben nur propeller erhalten ja auch wieder auge klatschen einmal drüber hoch rüber wieder abschlagen drüber einfach runter gehen und hier mache ich jetzt natürlich noch einen schönen einmal wenig und wir haben die 1200 meter pause drüber jetzt nur noch 150 meter dann haben wir das ganze geschafft gleich beim ersten versuch drüber und wieder hoch wie oft haben sie das heute hier eingebaut so hier hoch rüber wir ziehen den ring noch drüber so und hier verpasse ich leider außersehentlich dieses element ja also ich hätte es durchaus noch schöner machen können aber ich wollte euch zeigen dass es eigentlich recht einfach ist und beim ersten versuch eigentlich ausschaffen kann ich danke euch vielmals fürs zuschauen und wir sehen uns gleich nachher zu den nächsten videos ich nehme jetzt oder ja prösen architekt ist am rennen leider noch das ist halt immer bei den halben stunden videos aber ich freue mich auf euch bis gleich und ja ansonsten morgen bei der nächsten daily challenge bei raymond legends bis dann